Ah... Ah... Äh, ja, muss ich sagen... Die sieht auch mal so bad aus, zahle, ja? Okay... Äh... Wenn, dann brauch ich aber ein anderes Skop für das Ding, ja, das geht ja auch mal gar nicht. Zahle? Hm... Wo ist meine vorherige? Die ich davor hatte, war die hier, ne? Genau, das heißt, anequip, anequip. Und nehme ich hier wieder die Sub-Machine. Ah, nee, das ist das Fall, das hatte ich, ne? Und dann kriegst du... Das Ding, und mein Silencer. Sag mal, jetzt her. Äh... 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 Okay... Die empfehle ich schon mehr. Ja? Die müssen eigentlich die gleiche Munition der Stall-Reife und den? Ja. Gut, dann... Das Knife kann ich noch nicht tragen, aber man muss schon noch ein bisschen leveln. Gut. Equipment. Mehr Armor. Anti-Clothing Mod Slot. Oh... Clothing Mod. Wie ist das Armor? Ey, ey, gerne mit. Ich mach mal eine Jacke, was Neues. Äh... Das Ding hat mehr Armor. Das hat zwar noch mehr Armor. Oh... Sheesh. Not bad. Not bad. Was haben wir hier? Dang. Sieht auch nice aus. Haben wir ein neues T-Shirt? Ne. Lower Body Hose. Keine neuen. Ich hab keinem Typen die Schuhe abgezogen. Was denn? Ja. Heismat Suit. Whatever. Cyberdeck. Das hab ich denn bekommen. Chemical Damage. Elektrical Damage. Äh... Non-Lethal. Deals Low Damage that applies poison to the target. Spreads two targets within eight meter radius. Effective against closely grouped targets. Stats. Wie viel kostet der Spaß? Äh... 4 Ram Cost. Mal so. Den Ping lass ich drinnen. Der Ping ist echt gut. Also der gefällt mir sehr gut. Stats. Okay. Backpack. Cyberware. Cyber... Oh, man kann auch noch die Cyberware, die man hat, auch noch modden oder wie. Das ist sehr cool. Ne, okay. Für die Hände nicht, aber... Für die Augen gibt es zum Beispiel Mods. Okay. Das ist gut zu wissen. Charakter. Ich habe einen Perkpoint bekommen. Gucken wir mal in cool rein. Was haben wir... Ah, wo haben wir mal. In Body haben wir noch nichts reingemacht. Was haben wir denn hier? Increases carrying capacity. Health. Slowly regenerate during combat. Increases max health. Increases max stamina. Reduzes Recall shotguns. Ne. Ist damage from strong attacks. Ist das... Ich würde... Wir machen uns fallen, Simon. Auf die Post. Wenn er schreit... Sag mal, was ist denn aus? Und du bist raus. So, wenn er schreit, was denn los war? Sag mal, was ist denn aus? Und du bist raus. Sag mal, was ist denn aus? Ich habe mir... mehr... Sachen zum Tragen. Database. Das ist nicht so interessant, oder? 5% Okay. Cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Actually mehr als vorher gerade. Es gibt time, könnte ich machen. Oder... Arcel. Let's go! Danke. Möchte ich das hier verkaufen? Ja, aber wie gesagt, also... Kleidung. Ich weiß nicht, dass er nicht so viele Fotos zusammen hat. Nehm ich mal an. Perfond zu müssen. Ja... Ich möchte alles behalten. Ich möchte alles behalten. Also können die ein Großteil haben. Gut, auch Tics brauche ich nicht mehr. Oh, nehm. cyberware mod halte ich erst mal so wenn wir jetzt 17.200 machen wir müssen auf 21.000 kommen unserem dock zu bezahlen ist erst mal eine sache ich mag es nicht wenn man ja wenn man in depth ist deswegen müssen wir gucken dass wir dazu schnell es geht hin kriegen der bock hat mich gute arbeit geleistet das ist auch so schnell es geht sein geld ich würde noch einmal kurz zu füllen da ja ich habe gar nicht geheilt Hä? Ich will ja heilen immer. Äh... Let's regen wir auf jeden Fall. Bisschen Müllheiden hier durchsuchen. Wir sind ja... Wir leben ja nicht umsonst, ne? Gut. Ich würde auf der Karte gucken, was wir denn so als nächstes machen können. Kick back and have a drink here. Let's go. Äh... Ich hab das doch getrackt, oder nicht? Ah, okay. Die weiße Linie war nur versteckt. Alles gut. Ahhhh... Ich meine, nach nem... harten Tag Arbeit... sollten uns auch mal nen Drink gönnen, ne? Oh... Darf ich? Keiner? Kann ich mit dir reden, um reinzugehen? Ich wollte doch nur nen Drink... Ah... Kann ich mit dir reden? Ne? Ah... Ah... Komisch... Ah... Was sag ich davon, wenn wir... Ne, war immer noch ein Fragezeichen. Danger High, ja ne, das lassen wir mal. Äh... Perfekt up to the rock, Doktor. Ja, da sitz ich gerade. Hm... Hm... Ne, das ist ein Perfes und Secure Evidence. Ja... Machen wir dann mal. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Weil das ist ein Entfernen... Oh, jo, 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 das war ein ganz schönes Stück, ja? Hm... Mein Wagen. Ah ja, ja, ja. Da muss ich erst eine Granate werfen. Da ist schon mal ein Lenker mit WASD. Ja, ja, komm. So schlimm war mein Kram jetzt auch nicht, oder?